Ich habe keine Genital. Ist das okay? One day, someone visit a doctor. Herr Doktor, ich fühle sehr komisch, weil sie über Wechsel unsere Genital wechselt. Und ich habe ein Gefühl, ich kann nicht so deutlich erzählen, aber ich fühle, ich verliebe mit Stein oder manchmal auch mit Baum und auch manchmal mit, aber wissen Sie, ich fühle auch, ich bin kein Mensch. Ich fühle, ich bin keine Frau und auch kein Mann. Und ja, wie eine komische Gefühl hier, das ist wie, ich fühle, ich bin ein Ding. Ich glaube, ja, ja, Mann oder Frau, wartet, Frau oder Mann, wartet, Mann oder Frau, eh, wartet, wartet, Frau oder Mann. Also, nein, 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 ich muss die Wahrheit sagen, ich fühle sicher 100%, ich bin eine Dinge, aber Dinge, das ist unmöglich. Ich habe doch Genital, aber diese Genital, was muss ich sagen, ich habe, ich dachte, ich bin eine Frau oder ein Mann, vielleicht ein Mann oder eine Frau, vielleicht eine Frau oder ein Mann, nein. Und ich glaube, ich habe, ich habe, ich habe keine Genital, ist das okay? Vielen Dank.